Von der 9. Klasse sollte ich zur Berufsberatung gehen und die Frau hat mich gefragt, was soll denn mein Job so überhaupt bieten und ich habe gesagt, ich möchte gerne Kundenkontakt täglich haben, ich möchte gerne auch mit Computern arbeiten, aber am wichtigsten ist mir eigentlich jeden Tag schön aussehen zu müssen. Und dann hat die Frau mich angeguckt und hat gesagt, Kind, geh zur Bank. Und dann habe ich gesagt, dann mache ich das jetzt. Mein Name ist Christiane Friedrichs, ich bin seit elf Jahren bei der Kreisparkasse Ahrweiler und bin Kundenberaterin in der Online-Beratungsfiliale. Meine tägliche Arbeit besteht eigentlich darin, die Ziele und Wünsche meiner Kunden erfüllen zu können. Kundenkontakt ist mir ganz, ganz wichtig. Ich mache kein Späßchen mit den Kunden. Ich rede auch gerne mit den Kunden ernst. Es gab so viele Situationen, wo ich den Kunden geholfen habe, wo ich einfach die Dankbarkeit schon gesehen habe in den Augen. Man wächst so mit den Kunden mit, erlebt, was sie für Ziele und Wünsche haben und wie sie sich dann auch letztendlich erfüllen. Und dafür bin ich halt auch ein Stück weit verantwortlich und das macht einen schon ziemlich stolz. Im Prinzip berate ich die Kunden genauso wie die Kollegen vor Ort, nur dass die Kunden mir nicht mehr gegenüber am Schreibtisch sitzen, sondern mich über die Kamera sehen können, genauso wie ich den Kunden über die Kamera sehen kann. Man kann sich trotzdem in die Augen schauen. Ich finde es immer sehr wichtig, die Gestik, die Mimik vom Kunden zu sehen, weil daran kann man schon sehr viel erkennen. Es ist einfach die Zukunft der Sparkassen und man merkt einfach, wie die Kunden das selber leben. Der Job an sich macht mir schon sehr großen Spaß und ich wollte einfach nur den digitalen Kanal noch mit hinzufügen und das ist mir damit einfach geglückt. Bis zum nächsten Mal, ich freue mich schon auf den nächsten Termin. Tschüss! Tschüss! Tschüss!